So, Mahlzeit. Alle, die eine Pflegestufe haben, haben die im Anspruch auf 40 Euro Pflegezusatz Krems Krems. Kriegst du also deinen Schein, gehst du zur Apotheke, suchst ein paar Sachen aus. Kriegst du zum Beispiel so einen 100er Pack Handschuh oder was weiß ich, 10 Atemmasken, wenn du dein Auto mal lackieren willst, kostet Schweinegeld. Hast du immer relativ wenig. Hat uns auch immer geärgert. Vor allem musst du da hindüsen. Dann, du nimmst halt irgendwas mit und irgendwie von der Kohle bleibt auch immer irgendwas über. Es hat nie so ganz gepasst. Da gibt es aber Pflegebox. Unboxing Pflegebox. Und zwar auf pflegebox.de. Und da kannst du dir dein Paket zusammenstellen für diese 40 Euro inklusive Versand. Und da bekommt man erstaunlich viel für erstaunlich wenig. Und man kriegt es sogar noch bis an der Haustür geliefert. Das macht Sinn. So, was gibt es jetzt für die 40 Euro? Wir haben jetzt ein bisschen umgestellt, weil du ja auch tatsächlich nicht alles brauchen kannst. Aber da sind ja ein paar schicke Sachen bei. So, dann haben wir 100 Mal Handschuhe. Da kannst du dir auch theoretisch die Haare mitmachen oder für die Autoreparatur oder zur Pflege halt. Pflege, das ist gut. Handschuhe kannst du immer brauchen. Dann Hygienetücher. Die sind auch gut. Mikropestizid. Gegen alles, was stinkt und müffelt. Könntest du rausnehmen. Ist auch sehr schön. So, Nummer zwei. Dann gab es nochmal so ein Ding. Kann man ja immer brauchen. Dreck hast ja immer. Dreck hast ja immer. Dann ist hier Red Wash Cloth. Das ist hier Gesichts-Dingsbums zum, keine Ahnung, kannst du dir abends die Pumpe ausrübe schmieren. Und da wir ja genug von diesem Zeug haben, machen wir mal ganz wenig, um einen noch zu raufeln. So, das ist das, was man jetzt für 40 Euro bekommt. Also hier einmal Handdesinfektion, einmal Gesichtszücher, zweimal die Mikro-Bio-Dingsbums und packen dann Schuhe. Das Ganze, wie gesagt, auf Schein. Jeder, der eine Pflegestufe hat, kann sich das hier kommen lassen. Und zwar pflegebox.de. Pflegebox.de. Da kann man sich doch nur zusammenstellen. Unterlagen, ach, was ich, alles, was du brauchst, ne? Bis die Knatter weg ist und dann geht das tonusmäßig. Man kann jederzeit die Bestellung, die Inhalte ändern. Wenn man, was weiß ich, vielleicht bist du auch Sammler von Hygieneartikeln oder, ne? Keine Ahnung, so. Ist auf jeden Fall gut, kann ich empfehlen. Weißt du Bescheid. Hmmmm. So, das hat man.